Am Dienstag war es soweit, an den Tag gingen die letzten Spiele der europäischen WM-Qualifikation zu Ende. Und mehrere Länder haben die letzte Chance genutzt, sich noch direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Jetzt aber stellen sich viele Fußballfans die berechtigte Frage, erstens, wer ist jetzt qualifiziert? Und zweitens, wie funktionieren die Playoffs oder wer kommt in die Playoffs? Wer alles aktuell für die WM qualifiziert ist und wie das System der WM-Quali-Playoffs funktioniert und ob und wie man sich noch qualifizieren kann, erkläre ich euch im heutigen Video. Beginnen wir mit der ersten Frage, wer ist jetzt eigentlich direkt für die Weltmeisterschaft qualifiziert? Das ist ganz einfach, das Land, das nach Abschluss der Gruppenspiele den ersten Platz in ihrer zugeteilten Gruppe belegt, ist direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Und in insgesamt 10 qualifizierten Teams sind Serbien, Spanien, die Schweiz, Frankreich, Belgien, Dänemark, die Niederlande, Kroatien, England und Deutschland. Da aber die UEFA keine 10, sondern 13 Startplätze bei der WM hat, bekommen drei Länder noch die Chance, durch die Playoffs sich noch für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. Wie funktionieren aber die Playoffs? Nach Ende der Gruppenspiele werden insgesamt 13 Nationalmannschaften ein Playoff-System durchlaufen, um die verbleibenden drei Tickets für die WM-Endrunde, also die Fußball-Weltmeisterschaft-Gruppenphase zu erhalten. Für das Playoff-System nehmen zwölf Teams teil. Die zehn Gruppen zweiten, sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020-21, welche sich nicht den zweiten Platz in der WM-Qualifikation ergattert haben. Das Turnier läuft zwischen den 24. bis 29. März 2022 und besteht aus drei Turnierbäumen. Beginnen tun die Teams im Halbfinale und die Mannschaften, die es dann in ihrem Turnierbaum geschafft haben, es bis ins Endspiel, also ins Finale zu kommen und dies dann auch sogar noch gewinnen, qualifizieren sich für die Gruppenphase der Fußball-WM 2022 in Katar. Aber welche Mannschaften sind jetzt in den Playoffs dabei? Mit dabei sind wie gesagt zwölf Nationalmannschaften, die in zwei unterschiedlichen Lostöpfen gemischt werden. Um die Lostöpfe einzuteilen, werden die sechs besten Mannschaften der Quali-Gruppenspiele in Topf 1 gesetzt und erhalten für das Playoff-Turnier im Halbfinale Heimrecht. Die anderen vier Zweitplatzierten, sowie die zwei Nations League-Gruppensieger, kommen in Lostopf 2. Im Lostopf 1 sind folgende Mannschaften Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden und Wales. Im Lostopf 2 ist die Türkei, Polen, Nordmazedonien, die Ukraine, Österreich und Tschechien. Da aber die Auslosungen der Playoff-Turnierbäume erst am 26. November um 17 Uhr in Zürich stattfinden, teile ich die Mannschaften selber den drei Turnierbäumen zu. Wichtig ist, im ersten Spiel, also im Halbfinale, können Mannschaften aus demselben Lostopf in denselben Turnierbaum zugelost werden, müssen aber im ersten Spiel gegen eine andere Mannschaft aus dem anderen Lostopf spielen. Im Finale aber gibt es die Regeln nicht, da kann Lostopf 1 zum Beispiel gegen Lostopf 1 oder Lostopf 2 gegen Lostopf 2 im Finale spielen, aber im Halbfinale geht das nicht. Auch noch wichtig zu wissen ist, dass Russland und die Ukraine sind nicht in demselben Lostopf, aber dürfen aus Sicherheitsgründen nicht im selben Turnierbaum zugeteilt werden. So, hier seht ihr, wie es aussehen würde, wenn alle Mannschaften entsprechend auf die drei Turnierbäume zugelost werden. Ich sage schon mal vorher, das ist nicht offiziell, es könnte am Ende auch anders aussehen. Das sind hier nur ein paar fiktive Beispiele. Im ersten Baum spielt Portugal gegen die Türkei und Reels gegen Polen. Gehen wir mal davon aus, dass Portugal gegen die Türkei gewinnt und Reels gegen Polen verliert, ziehen die beiden Halbfinalsieger hier im Beispiel Portugal und Polen ins Finale ein. Die Verliererteams Reels und die Türkei sind somit ausgeschieden und können sich nicht mehr für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifizieren. Machen wir weiter mit meinem fiktiven Beispiel. Wenn im Playoff-Finale Polen gegen Portugal gewinnt, fährt Polen nach Katar zur WM. Wenn aber Portugal gegen Polen gewinnt, fährt dann nicht Polen, sondern Portugal nach Katar zur Fußball-Weltmeisterschaft und Polen ist offiziell dann ausgeschieden. Sagen wir einfach mal, Portugal gewinnt das erste Finale gegen Polen. Wenn das passiert, ist Portugal einer von drei Mannschaften, die sich über den Playoff-Weg qualifiziert hat. Die letzten zwei WM-Tickets gehen dann an die anderen zwei Playoff-Siegern. Sagen wir einfach mal, im zweiten Turnierbaum kommt Russland gegen Nordmazedonien ins Finale und Russland gewinnt. Dann bekommt Russland das zweitletzte Ticket und darf zur Fußball-Weltmeisterschaft. Allerdings, da Russland am 9. Dezember 2019 wegen manipulierten Daten aus dem Moskauer Labor von der Welt-Anti-Doping-Agentur für die nächsten vier Jahre von allen sportlichen Großereignissen ausgeschlossen wurde, könnte bei dem Fall, dass sich Russland für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren würde, könnten russische Fußball-Profis möglicherweise wie dieses Jahr Sportler bei Olympia als neutrales Team antreten. Das heißt, dass man auf die Flagge, Hymne und den Namen Russland verzichten muss, wenn man an der WM-Endrunde teilnehmen möchte. Kommen wir zum letzten WM-Ticket und das erhält der Sieger des letzten Playoff-Turnierbaum. Wenn im letzten Turnierbaum Schweden und Italien das Halbfinale überstehen, geht es im Finale um das letzte WM-Ticket. Wenn Schweden in diesem Beispiel gegen Italien gewinnt, ist amtierender Europameister raus und Schweden qualifiziert. Wenn aber Italien gewinnt, ist die slatanische Nationalmannschaft ausgeschieden und Italien darf nach Katar und bekommt das letzte WM-Ticket. Wenn mein Szenario wirklich zu 100% eintrifft, sind Portugal, Italien und höchstwahrscheinlich Russland unter neutraler Flagge für die Skandal-WM 2022 in Katar qualifiziert. Der Rest, wie Polen, Türkei, Nordmazedonien, Schweden, Österreich und so weiter, sind nicht dabei und sind ausgeschieden. Ja, so Leute, ich hoffe, ihr habt das System der Playoffs verstanden. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, welche drei Mannschaften zielen durch die europäischen Playoff-Runden und wer ergattert sich die letzten drei WM-Tickets. Ähm, nochmal wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ich rede hier nur von der europäischen Qualifikation. Wie es bei den anderen Kontinenten wie Südafrika, Südamerika, Afrika, Asien, Ozeanien und so weiter und so fort aussieht, ist hier jetzt nicht zu 100% thematisiert. Und vielleicht mache ich mal ein einzelnes Video, wenn ihr da Fragen habt. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Scheiße, noch nicht mal über die 8 Minuten.